Willkommen zu BK und Co. Blumenkräuter und Co. Wir zeigen euch heute, was ein Gärtner so alles braucht und benötigt für seine Arbeit. Egal ob Anfänger oder Profi, jeder braucht eine Gießkanne, egal wie groß, ob mini oder riesig, egal welche. Auch eine Schaufel wäre nicht schlecht. Weiters wäre eine Schere auch von Vorteil, egal welche, ob Profi oder nicht Profi. Natürlich kann man sich auch noch Handschuhe besorgen, nützlich, aber man braucht es nicht unbedingt. Dann habe ich hier noch eine Schnur, dann im Sommer zum Paradeiser anbinden, also es gibt viele verschiedene Sachen, die man wirklich benötigt. Das alles ist so circa die Grundausstattung eines Hobbygärtners. Danke fürs Zusehen, abonnieren und schreibt uns einen Kommentar, was hier noch an Ausstattung vielleicht fehlt oder was ihr selbst habt. . . Bis zum nächsten Mal.